Hallo und herzlich willkommen bei Optionsstrategien.TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht, ich stehe heute wieder hier an einem Rechner. Ich möchte eine Frage beantworten. Wir handeln ja in der Regel immer Optionen auf amerikanische Aktien. Kann man aber eigentlich auch Optionen auf europäische Aktien handeln? Wenn ja, wo kann man das tun? Dazu schauen wir heute gemeinsam auf eine Webseite, wo ich euch das Ganze zeigen kann. Wir bewegen uns mit unseren Aktienoptionen in der Regel in der Hemisphäre der Amerikaner. Wir handeln Apple, wir handeln Amazon, wir handeln NVIDIA und wie sie alle heißen, McDonalds usw. Jetzt gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der immer sagt, ich möchte aber auch mal ganz gerne Optionen auf deutsche Werte handeln. Ich möchte vielleicht momentan mal schauen, was man denn bei den angezogenen Volatilitäten der Automobilwerte machen kann oder der Versorger oder ich möchte auch mal andere europäische Aktienwerte handeln und darauf mit Optionen. Wo kann man denn das tun? Es gibt in Europa grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, wo man das Ganze tun kann. Unter anderem kann man das in Holland machen. Es gibt in Amsterdam eine Börse. Wir könnten das für einige Aktien machen in London an der London Stock Exchange oder aber wir können natürlich das naheliegendste machen und wir können uns mal die Eurex anschauen. Wo ihr die Produkte findet und was man dabei beachten muss, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und gehen mal gemeinsam auf die Webseite der Eurex. Wir sind hier auf der Webseite der Eurex jetzt und ihr seht hier oben nochmal die Adresse und zwar EurexExchange.com. Ihr könnt dann hier oben bei Sprache einstellen, das Ganze auf Deutsch oder Englisch oder Chinesisch oder was auch immer ihr da wollt. Dann geht ihr als allererstes am besten mal hier auf Produkte und jetzt seht ihr schon, wenn ihr hier ein bisschen nach unten fahrt, seht ihr hier Aktienderivate. Aktienderivate, das ist genau das, was wir jetzt hier suchen. Da macht sich hier also ein kleines Dialogfenster, glaube ich, und dann seht ihr hier Aktienoptionen. Wenn wir das mal anklicken, dann kommen wir hier in eine Liste und ihr seht schon hier oben, es gibt europäische Aktienoptionen von über zehn Ländern. Das heißt, hier wird nicht nur Deutschland abgedeckt, sondern viele andere Länder auch. Es gibt mehr als 700 verschiedene, hier steht zwar Optionen, aber gemeint sind natürlich 700 Underlyings, auf die man das Ganze machen kann. Ihr seht die hier alphabetisch geordnet. Ihr könnt hier oben einfach einen Suchbegriff eingeben oder wir gehen einfach mal auf irgendeinen drauf, was weiß ich, gehen wir hier mal auf M. Und da sehen wir hier, könnt ihr dann auch immer sagen, wie viel ihr da jetzt haben wollt. Machen wir halt mal von hier aus 50. Und dann seht ihr jetzt hier die verschiedensten Aktien aufgelistet, also eben hier die M.A.N., Marks & Spencer, Meyer Mellenhof, das ist glaube ich ein Unternehmen aus Österreich, Mediobanka und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann irgendeine habt, für die ihr sagt, ah, für die interessiere ich mich, dann könnt ihr die anklicken und wir nehmen mal eine, ja, was nehmen wir mal, wir kommen, wir nehmen mal hier die Münchner Rück als Deutschgesellschaft, klicken die einfach mal an und dann macht sich wieder ein Fenster schon auf und dann könnt ihr hier einstellen, wollt ihr die Calls, wollt ihr die Puts haben, könnt ihr die Laufzeit einstellen. Ihr könnt also hier sagen, was es gibt, theoretisch gibt es hier sogar bis in den Dezember 2021 Optionen, also ein großer Vorteil der Eurex gegenüber den Amerikanern ist, bei den sogenannten Leaps Optionen, die gibt es momentan in Amerika bloß bis zum Januar 2019, hier theoretisch bis ins Jahr 2021, also viel, viel länger, was gerade in einem Crash, wenn man Putz schreien will, eine super, super Sache ist, aber, und jetzt kommt das große Aber, was ist so ein bisschen das Handicap? Wir schauen uns mal jetzt hier die August Optionen an, die verfallen am 3. Freitag im August und ihr seht die jetzt hier alle aufgelistet, wir haben jetzt mal hier die Calls genommen und wenn wir mal ein bisschen nach rechts fahren, dann sehen wir nämlich hier oben zwei sehr, sehr interessante Spalten und zwar einmal die gehandelten Kontrakte und einmal das sogenannte Open Interest, also wie viele Optionen sind denn momentan offen und da seht ihr schon, wenn wir uns das Ganze anschauen, naja, so richtig prall sieht das Ganze nicht aus, jetzt ist die Münchner Rück immerhin nicht irgendeine kleine Glitsche, sondern schon ein großer Wert und ihr seht, da ist nicht wirklich viel gehandelt, also das sind jetzt die Daten von heute und da seht ihr, also hier heute, als ich das Video aufnehme, ist jetzt der 25.07., da sind gerade mal so ein bisschen was über 100, man sieht so ein 121 Optionen und gerade mal 1.400 Optionen sind in dieser Laufzeit offen. Dann können wir sagen, okay, gehen wir von mir aus mal auf Putz, wie schaut es da aus? Fahren wir auch hier nach unten, gucken uns das Ganze an, sieht es da besser aus? Na ja, nicht wirklich, 86 Stück gehandelt und 1.800 offen. Wenn wir in eine etwas längere Laufzeit gehen, also zum Beispiel in den September, wir gehen mal in den September hinein, da sehen wir momentan heute 21 Stück gehandelt, da ist allerdings das Open Interest zumindest schon mal ein bisschen größer. Fakt ist aber auf jeden Fall eins und das ist der Nachteil dieser ganzen Eurex-Produkte. Die haben wunderschöne Underlyings, die Liquidität lässt aber einfach sehr, sehr zu wünschen übrig. Das heißt, ihr müsst wirklich individuell vorgehen, man kann nicht pauschal sagen, diese Werte sind liquide, diese Werte sind nicht liquide, sondern ihr müsst euch wirklich die Mühe machen, müsst das Unternehmen schauen, welches ihr da haben wollt. Wenn ihr also jetzt beispielsweise sagt, okay, gehen wir mal hier auf Aktienoptionen zurück, ihr sucht von mir aus eine Shell als Beispiel, gucken wir mal, ob es die gibt. Da sehen wir hier Royal Dutch Shell, die gibt es also hier, da gibt es verschiedene, gibt es sogar Weeklys und wir gucken uns die jetzt mal an und da sehen wir dann eben hier, dann müsst ihr einfach schauen, okay, bei der sind zum Beispiel jetzt 650 Calls und gucken wir es uns von der Putzseite her an, 757 Putzkantel, also ein bisschen was über 1.000. Das ist ja zumindest mal etwas Greifbares jetzt im Verhältnis zur vorher gesehenen Münchner Rück, eben zumindest etwas. Es kann euch aber eben auch passieren, dass ihr gerade bei kleineren Werten so gut wie keine Umsätze findet und selbst bei DAX-Werten oder bei Eurostox-Werten sind die Umsätze in der Regel sehr, sehr gering. Nur mal so als Vergleich, in Aktien wie Facebook, Apple, Amazon und so weiter werden teilweise mehrere 100.000 Optionen am Tag gehandelt. Zu was führt denn das, dieser Unterschied zwischen 1.000 Stück am Tag und 100.000 Stück am Tag? Na ja, ganz einfach Spreads. Ihr habt eben bei sehr, sehr liquiden Optionen, wie wir es in Amerika finden, in der Regel sehr viel kleinere Spreads als jetzt hier in Europa, wo die Spreads dann doch sehr viel größer sind. Aber es gibt es alles und wer jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe Aktien und möchte dafür auf Covered-Core-Rating betreiben oder ich möchte Cash-Secure-Puts machen, um mir eben von mir aus so eine Shell mal über einen Put einzukaufen oder irgendetwas, der kann das natürlich machen. Bloß, ihr müsst euch hier viel, viel vorsichtiger an die Preise herantasten. Ihr werdet oftmals sehr weite Spreads finden. Grundsätzlich ist es aber machbar und ihr habt ja gesehen, es lässt sich eigentlich auch sehr, sehr einfach finden. Also wie gesagt, geht auf die Seite der Eurex-Produkte, Aktien, Derivorte und dann Aktienoptionen und dann findet ihr eigentlich alle Informationen, die ihr braucht. Und wenn ihr dann aktuelle Preise wollt, was kosten die und so weiter, wie ist das Delta? Na ja, ganz einfach, dann gebt das Ganze in eurer Handelsplattform ein. Das Symbol findet ihr ja in der Regel auch immer gleich hier, also so wie es hier steht. Und dann findet ihr das in der Regel dann auch immer gleich bei euch, zum Beispiel eben in der TWS und könnt euch dann die Preise entsprechend anschauen. Eurex-Zugang kostet, glaube ich, um die 8 Euro im Monat für Privatanleger in der TWS, das heißt also auch nicht sehr, sehr teuer. Ich hoffe, euch hat diese kleine Information wieder etwas geholfen. nach vorn zu kommen, in eurem Auktionshandel noch ein paar mehr Möglichkeiten zu finden, etwas zu tun. Wenn ihr Fragen habt, wenn es euch auch mal interessiert, was gibt es denn in London, was gibt es denn in Amsterdam, dann schreibt mir das hier in die Kommentare rein und dann können wir uns das Ganze auch gerne mal anschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Video, egal ob ihr in Amerika handelt oder in Deutschland an der Eurex. Euch viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Tschüss, servus, macht's gut, bye bye.